Verspürst du nicht auch manchmal diese unwiderstehliche Sehnsucht nach einem duftenden, frisch gebackenem Brot? Das Brot, das deine Sinne verführt, aber dich gleichzeitig vor die Qual der Entscheidung stellt. Stunden des Knetens und mühsames Arbeiten oder lieber wieder zu einem langweiligen, abgepackten Leib greifen? Der Kampf zwischen deinem Verlangen nach köstlichem, selbstgemachten Brot und der Aussicht auf stundenlange Anstrengung kann wirklich frustrierend sein. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Knetmaschinen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschinen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Philips 7000 Series Küchenmaschine. Stell dir vor, du könntest Teig wie ein Profi in nur drei Minuten herstellen. Das ist keine Illusion, sondern die Magie der Pro-Knie-Technologie. Sie simuliert die Bewegung erfahrener Hände, knetet den Teig und streicht ihn gleichzeitig aus. Das Ergebnis? Perfekter Teig, jedes Mal. Die Philips 7000 Series Küchenmaschine geht über das Kneten hinaus. Dank der Nutri-U App erwarten dich eine Fülle von Schritt-für-Schritt-Rezepten, speziell entwickelt für diese Meisterin der Küche. Du wirst dich fühlen, als hättest du einen persönlichen Küchenchef direkt neben dir. Nicht nur das, auch das gleichmäßige Rühren war nie einfacher. Die innovative Perfect Fit Mixing Technologie wischt die Ränder der großzügigen 5,5 Liter Schüssel ab und sorgt so für eine gleichmäßige Vermischung all deiner köstlichen Zutaten. Und das robuste Metallgehäuse. Er steht stabil und fest, sogar wenn du die härtesten Zutaten bearbeitest. Die intelligente Timer-Funktion und die beeindruckenden 8 Geschwindigkeitsstufen nehmen dir die Arbeit ab. Mit einem kraftvollen 1000 Watt Motor ausgestattet, erledigt die Philips 7000 Series die harte Arbeit für dich, während du dich auf die feineren Details deiner Kreation konzentrieren kannst. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Knetmaschine auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Kenwood Titanium Chef Baker Küchenmaschine. Mit einem leistungsstarken 1200 Watt Motor ist diese Schönheit nicht nur stark, sondern auch intelligent. Sie passt sich geschickt an deine Bedürfnisse an. Egal ob du einen zarten Teig rührst oder einen cremigen Smoothie mixt. Dank der stufenlosen Geschwindigkeitskontrolle kannst du die Geschwindigkeit so sanft anpassen, wie du es brauchst. Keine Sorge mehr um verschwendete Zutaten. Das einzigartige planetarische Rührsystem sorgt dafür, dass jede Ecke der Schüssel erreicht wird. Mit einer Kapazität von 5 Litern ist diese Edelstahl-Rührschüssel perfekt für kleine Kreationen oder größere Meisterwerke. Von einem Ei bis zu einem Dutzend Eiweiß. Alles ist möglich. Und für die Multitasker unter uns gibt es sogar eine 3,5 Liter Rührschüssel für paralleles Arbeiten. Aber das ist noch nicht alles. Die integrierte Easy Wave Waage ermöglicht es dir, Zutaten direkt in der Schüssel abzumessen. Kein lästiges Umfüllen mehr. Und der Light Lift Rührarm, ein Geniestreich. Füge Zutaten während des Knetens mühelos hinzu, indem du einfach den Auslöseknopf drückst. Diese Küchenmaschine ist mehr als nur ein Gerät. Sie ist dein Partner in kreativen Kochabenteuern. Alle weiteren Infos zu dieser Knetmaschine kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die Bosch Küchenmaschine Optimum, vorstellen. Stell dir vor, du könntest mühelos die idealen Teigkonsistenzen für saftige Hefeteige, luftige Sahne und perfekten Eisschnee zaubern. Und das alles dank der smarten Sensor Control Plus Technologie. Aber das ist noch nicht alles. Die integrierte Waage ermöglicht es dir, Zutaten direkt in der Schüssel und dem Mixer präzise abzuwiegen. Das spart Zeit und schafft Raum für Genuss. Mit ihrem extra starken 1500 Watt Motor und dem intelligenten Smart Duff Sensor verarbeitet sie Tage in Hingabe und Perfektion. Das Vollmetallgehäuse verspricht Langlebigkeit, während das vielseitige Profi-Zubehör die endlose Möglichkeiten eröffnet. Und das Beste, das 3D Planetary Mixing sorgt für Ergebnisse, bei denen nichts mehr an der Schüssel kleben bleibt. Lass dich von der großen Edelstahl-Rührschüssel mit 5,5 Litern Kapazität begeistern. Sie macht die Zubereitung nicht nur komfortabel, sondern auch stilvoll. Und vergiss die lästige Zeitmessung, denn der integrierte Timer lässt sich individuell anpassen, damit du dich ganz auf deine Kreation konzentrieren kannst. Ob kreative Kochabenteuer oder verlockende Backideen, die Bosch Küchenmaschine Optimum begleitet dich auf jedem Schritt deiner kulinarischen Reise. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Knetmaschine.